Musik Mein Name ist Keller Werni, ich bin 95 Jahre alt, wohne in Seltisberg und schwimme im Schwimmverein Basel bei der Basel. Schwimmen ist für mich Lebensqualität. Lebensqualität ist, dass ich das schon lange mache, dass ich Freude habe und dass es mir leid hätte, wenn ich nicht schwimmen könnte. Schwimmen musste für mich einen gewissen Stellenwert haben, darum habe ich es auch gemacht. Ich habe immer gerne geschwommen, ob es im Rhein war oder im See. Also in der Kategorie 90 bis 94 habe ich 10 Schweizer Rekorde geschwommen und in der Kategorie 95 bis 99 habe ich auch 10 geschwommen. Weltweit sind wir eigentlich nur 7 in meiner Kategorie. In der Schweiz bin ich der Einzige. Mein Geheimnis ist, dass ich immer Sport gemacht habe. Also im Schwimmen widme ich zweimal eine Stunde in der Woche. Vor einem Wettkampf dreimal eine Stunde. Ich schwimme jedes Mal 500 Meter. Und das reicht dann für mich. Ich danke meinem Arbeitgeber Helvetia, dass er grosszügig uns den Druck von diesem Buchhundertjahr SVB unterstützt hat. Einfach. Klar. Helvetia. Geld Lauter Geld 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 Eben Geld Geld Gift Geld Fing